Na wer kommt denn da unerwartet? Immer diese Hunde ohne Herrchen. Na die Rute geht aber ganz schön wild du. Du, an deiner Stelle würde ich nicht so mucken, wenn er hier bei mir ist, sonst kriegst du gleich richtig einen auf den Deckel. So jetzt geht es gleich los du, ich sag es dir. Der lässt jetzt Zeit, aber dann geht es richtig los, das kannst du mir glauben. Mama. Das ist noch ein Junge. Ich glaube, der muss noch ein bisschen zurechtgewiesen werden, wie man sich verhält. Na, Jeff, scht. Komm, dann lass ihm aber auch die Freiheit hier. Komm hierhin. Hey. Hierhin. Okay, wenn er kommt, dann... Dann muss er selbst wissen. Er hat schnell ein Bürstchen abgedrückt. Du, Jeff, ich glaube, er will es wissen, du. Ich glaube, ich glaube, er will es wissen, du. Na, was macht er denn? Na, was macht er denn? Na, was macht er denn? Na, es ist interessant zu sehen. Ich glaube, ich werde es in der kompletten Länge hochladen. Da geht es schon ganz schön rund mit der Kommunikation hier. Na, Jeff, scht, 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 komm hierhin. Das machst du nicht. Das macht er den Weg. Vielen Dank.